Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Alan Wake Und jetzt werden wir mal eben weiter zum Bergwerk düsen Ich glaube wir sind sowas schon da Hallo, bist du das Bergwerk? Nein, das ist nicht das Bergwerk, aber ich gehe da einfach mal kurz reingucken Mal schauen, ob wir irgendwas schönes finden Was wir vielleicht brauchen können Irgendwas, irgendwas, irgendwas Vielleicht ein kleines bisschen Ja gut, eine Manuskriptseite Ja gut, sonst hätten wir sie eigentlich mitgenommen Also war ganz gut, dass wir hingegangen sind So Und dann schnell zurück zum Auto und weiter geht's Zum Bergwerk So Hoho, das war aber jetzt arg knapp Das war jetzt arg knapp Ich war zu früh Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen Das Bergwerk lag still da Es war jetzt ein Museum Wir sind also zu früh, ne? Besser zu früh als zu spät Äh, Manuskript Manuskript Nehmen wir natürlich mit So So Ich wollte nicht nach draußen Die Cops mussten nach mir suchen Durch die Mittagssonne war es heiß hier Der Tag zog sich da hin Der Tag zog sich da hin Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch Wie ich den Entführer foltern würde Um an Alice zu kommen Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte Ich stellte sie mir tot vor Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war Es machte mich wahnsinnig Pure Verzweiflung treten mich an Es war alles Zeitverschwendung Der Mistkerl würde nicht auftauchen Wink Wo stecken Sie denn? Planeinerung Sie wissen, wo der Mirror Peak ist? Das ist der große Tag nördlich von Ihnen Folgen Sie dem Pfad von der Mine aus Dann können Sie nicht verfehlen Dort ist ein Aussichtspunkt Ich warte dort Ich hab's satt, herumgeschickt zu werden Sie wollen Ihre Frau doch leben wiedersehen Wink, ja Achten Sie besser darauf, wie Sie mit mir sprechen Haben wir uns verstanden? Ich will mit Alice sprechen Ja, und ich will das Manuskript Lassen Sie mich nicht warten, Wake Hallo? Hallo? Ah! Ich bring ihn um Ich musste zum Mirror Peak Das kann ich verstehen Ich weiß nicht, wie ich hier rumkomme Kommen soll Bist du ein Bescheid, ne? Ich war nah dran Vielleicht näher als je zuvor Hey, wie komme ich hier raus? Ach doch so, tatsächlich, okay Hier haben wir noch ein paar Sachen Thermoskanne nehme ich auch noch mit Hier unten haben wir noch Munition Und Dann ab hier runter Was zum Teufel war das? So Da ist auch noch eine Manuskriptseite Die würde ich natürlich gerne mit Die Munition ist voll Na komm Alter, fachistig Alter, fachistig Hier ist noch Munition Die nehme ich natürlich gerne einmal schnell noch mit Ach, die auch hier So Diese Dunkelheit ist echt richtig komisch Tut mir leider echt, das ist richtig komisch Hier, wo ich hier wahrscheinlich durch, ne? Oh, Blenngranaten Oh, ja Blenngranaten sind cool Moin Ja, auch hier? So Einfach jetzt gerade mal so aus Prinzip Um die Sachen mal ein bisschen zu beschleunigen Was geht denn da? Was geht denn da? Ja, genau So, ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst Mit dem Zeug da drinnen Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung Der einzige Weg zum Fang war der durch das Gebäude Ich musste dabei irgendwie den Stromschlägen entgehen Und das nehme ich natürlich gerne, dieses Auto So So Alter Was wollten ihr? So Das mache ich aber einfach mal so jetzt gerade mal aus Kann sozusagen So, alle abgemetzelt Sehr schön Sehr schön Ja, ja Sehr, sehr schön haben wir das gemacht Das nehme ich natürlich gerne mit, die Läufpistole Aber ich bleibe jetzt erstmal kurz beim Gewehr Das nehme ich natürlich gerne mit Alter Mein Auto, Junge Junge Und schutze das Auto aus mal eben schnell Zack, 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 zack Ich beeile mich einfach mal eben Jo, leck Toll Ich glaube, dem sind wir ganz gut entgangen Äh, wo muss ich lang? Hä? Was zum Hä, wo muss ich denn jetzt lang? Gehen Verstehe ich nicht Ne, da, von da kommen wir ja Äh Äh Du raps schön weg Bam Bam Bam, bam, bam So Puh Ab und zu erschreckt man sich ja doch schon so ein bisschen, ne? Immer so ein bisschen erschreckt man sich ja schon Nicht wirklich krass, aber halt immer so ein bisschen Bisschen So Das hätten wir Und jetzt mal schnell hier hoch Und da ist eine Thermoskanne Die nehme ich natürlich mit, wo sie hier schon so bereitwillig liegt Das Manuskript nehme ich auch und jetzt Zack Und Bloß raus hier Ich denke mal hier durch Hier, da, blinken, da, öffnen Verwenden So Gewäufer-Munition nehme ich mit Tor ist offen Super Die Blendgranaten gehörten nie im Leben zur Standardausrüstung einer Energiefirma Doch Hallo Achso, ich darf da gar nicht rein Ist ja aber schade Achso, ich muss hier lang, okay Ich muss hier also auch lang Ich dachte, die Sachen wären jetzt nur zum Spaß Na, Mädels Ja, geil, weißt du Gut, die hätten wir auch geschafft Da wollte ich euch gerade irgendwas von denen geschafft erzählen Und dann Als wenn, wie genau die einfach treffen Als wenn Na klar Übertreib doch, man Ist das scheiße, sowas Ah Ah Wir bleiben mal bei der hier Bats Hammer Hoho Er hat aber mal richtig schön getroffen Bats So Ganz entspannt Haben wir sie alle niedergemetzelt Da vorne liegt Da vorne liegt Ein Manuskript Das nehme ich natürlich gerne mit So Na auch Schatten Nö Nö Ich frage mich tatsächlich Wie lange das Jetzt noch geht Weil wir werden jetzt ja mittlerweile nur Einfach nur von einem Ort zum anderen geschickt Nur wegen diesem Scheiß Entführer Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich geh auch jetzt nicht rein Aber ich geh da in der nächsten Folge rein Von Let's Play Alan Wake Bis dahin Ciao